Wie fühlt sich für dich Stress an? Dass ich zum Beispiel nicht mehr schlafen kann oder dass ich immer mega nervös bin. Man fühlt sich einfach sehr und hat rot gesetzt und belastet. Stress finde ich etwas sehr unangenehmes. Ich bin auch recht viel greizt. Einfach ein Gefühl von Überforderung. Danntroende ich etwas. Alles Zettel ist ein Problem, der sich ein bisschen zu verabschieden kann. Ich habe die Beste Familie gearentet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich das nächste Mal gestresst fühlst, dann denk, hey gut, dein Herz schlägt schneller. Das versorgt deinen Körper mit mehr Energie. Deine Atmung ist schneller. Das versorgt dein Hirn mit mehr Sauerstoff. Dein Blutdruck ist höher. Das ist optimale Versorgung für deine Muskeln. So ist dein Körper vorbereitet für die neue Herausforderung.